Ciao Pappo! Eeeey! Aua! Ich hab ne Hünsel! Hast du auch geschnätzt den drei Pullis an? Ja ja hab ich! Alter! Ihr dürft alle für mich tweeten! Das kann jetzt auch direkt rausgehen mit Handoffblatt ist der beste E-Sportler der Welt! Ja Freunde, wir haben uns jetzt einigermaßen regeneriert. regeneriert es geht rein in den zweiten cup doch diesmal werden die regeln verschärft Und zwar werden auch die letzten drei fortan eine glücksradbestimmung erhalten es geht los Bleibt bleibt hinter kalle auf jeden fall Warum rammt ihr mich immer alter Ich muss so kurz ich will einfach nur kurz ich sag mal macht ihr das mit absicht mit der übel Also ab hier kannst du nicht fahren Oh Ich dachte das war schön Alter Papo schreit irgendwie in geisteskrankheit Ich bin vierter Nicht letzter nicht letzter nicht letzter Ich bin zweiter Scheiße ich bin dritter Meine damen und herren ich bitte um ruhe bitte anhalten bitte einhalten es geht los Die nummer neun für Jedes mal wenn du getroffen wirst in etwas hinein fährst oder von der bahn herunter fällst sage abonniert hand of blood Es geht weiter mit dem wunderrad und Ich bin dran ich bin dran die nummer neun Die nummer vier acht marshmallows in meine fresse Geil Geil Noch zum senz geil Geil Mhh Eins Du musst noch ein paar dreier machen max Stopp Zwei Du bist noch nicht nein du musst noch drehen Warum Ach ja Die letzten drei Ja stimmt ja jetzt habe ich schon zwei in der fresse So meine freunde es geht weiter es geht los Bier Dann starte ich mal das rad Ruhe Fahr Die nummer zehn Für das nächste Rennen hast du fünf wäsche klauen in der fresse Jawoll Oh mein Gott Das wird aber übel werden Maxim is a dream Go Marshmallow 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 Clown Die nummer vier Ja Acht Marshmallows in dein Maul Ja Geil Geil Pappvieh Du bist ein Vieh Äh Die nummer acht Spiele das nächste Rennen mit Winterhandschuhen Oder Socken oder was auch immer Ich glaube so gut durchblutet war meine Fresse noch nie Drei Fünf Sechs Sieben Ach Scheiße Ich habe mich alle nass gespritzt Das ist so schön, ich kann einfach nur mitmachen. Alter, genug. Du wirst die ganze Zeit getroffen. Ja. Abonniert halt noch Platz. Meine Augenbraue hat kein Gefühl mehr. Ich brauch eine andere Hand zum Handen. Oh mein Gott. Alter, ich fahr hier einfach nur ganz normal. Abonniert Händler? Mhm, 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 mhm. Abonniert Händler? Mhm. Wen soll's nochmal an Scheiße? Oh, Junge. Nee, 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 komm. Dritter Platz, dritter Platz. Nein! 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 Ich hab gewonnen und fast wiedergekotzt. Ich hab einfach Abdrücke in meiner Fresse. So, möge das Spektakel beginnen hier am Jolly Joker Reeper-Achterbahn. Und go! Hänno Platz. Die Nummer 10. Fünf welche Klammern in meiner Fresse. Stärzig. Bitte keinen Senf. Und es geht los. Abfahrt, fahrt, fahrt, fahrt. Die Nummer 9. Jedes Mal, wenn du getroffen wirst und etwas hineinfährst oder von der Bahn herunterfällt, sage Abonniert Hänno Platz. Oh Scheiße. Der Papo. Mensch, jetzt reicht's mir aber mal. Ja, easy. Als nächstes Maxim. Die Nummer 9. Jedes Mal, wenn du getroffen wirst und etwas hineinfährst oder von der Bahn herunterfällt. Ja, das gehör ich mir. Kalle, hol die Marshmallows raus. Nein! Ja, nein! Nein! Weißt du wie scheiße das ist? Kalle, wirst du noch rein? Ja, mach rein, mach rein. So. Dann geht's los. Drei, zwei, eins, go! What? Kalle wird einfach gewirkt von um jemandem. Ne, das hört sich an wie in so einem Domina-Keller. Abonniert Hänno Platz! So ist es. Ich sag ja, der wird sterben. Also ich wollte nur noch, bis er mit einer Hand fährt. Abonniert Hänno Platz! Abonniert Hänno Platz! Oh, jetzt kommt der erste Hustler. Alter, er stirbt. Abonniert Hänno Platz! Ah shit, abonniert Hänno Platz! Kalle, steht hier immer noch auf der Wand. Ja, ich weiß, er kann nicht fahren. Er steht hier nur noch. Kalle, du musst auch ... Aua, aua. Also, Kalle, das enttäuscht mich. Oh, nein, Mann! Alter! Lass alles raus. Ich weiß nicht, was bei den anderen lieben, aber du wirst bei mir die übelste Bukake-Party in der Aufnahme haben. Ich hab so abge-gisst, Alter, ohne Witz. So, meine Damen und Herren, es geht wieder mit der Jasmin. Die Nummer fünf. Ein Teelöffel scharfer Selt nach jeder Runde. Oh, park mal live. Oh, Mann. Papo, es geht los. Die Nummer eins. Trinke innerhalb des nächsten Rennens ein Liter Wasser. Allerdings musst du dafür stets stehenbleiben. Oh, Gott. Don't drink a drive, peace. Und der Henno. Die Nummer vier, Marshmallows. Sterzig, willst du auch mal eine Ansage machen, kleiner Mann? Meine Damen und Herren, halten sich an Ihrem Kartfestes hört mit. Die Nummer sieben. Noch mal das mit OBS. Ach, nein. Irgendwann hab ich den Effekt schon. Wieder die Pire. Abfahrt. Pire auf Weier. Und go. Die Nummer elf. Jeder darf im nächsten Rennen nur auf Pia-Items nutzen. Was? So. Wer ist letzter gewesen? Wer war letzter? Kalle, wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Das Wunderrad. Es dreht sich. Loos. Der war mit Schwung. Die Nummer vier. Marshmallows. Das ist nicht euer Scheiß. Das hast du mit Absicht gemacht. Du hast zweimal gedreht oder so. Nein. Versuch eine neue Taktik. Die müssen schnell rein, glaube ich. Und müssen auch gleich schnell starten, okay? Sonst kotze ich hier wieder alles voll. Okay, zwei. Warte, nein, nein, nein. Hey, Tiki macht mir das. Was ist das? Was ist das? Du, sind alle so rein? Ja, wir sind alle bereit. Es kann losgehen. Drei, drei, eins, go. Denk dran, Fokus für Yoga. Alter, ich sehe gar nichts. Holy shit. Hey, das war ich. Ich darf das. Ich kann mich nicht selbst fokussen. Ich kann fast nichts erkennen. Wie bin ich Erster? Nein. Ich muss das Wasser noch trinken. Oh, ist schon die zweite Runde. Ja. Es gibt einige Leute, die spielen so ein Rennspiel und Kadi schickt sich irgendwas hin rein. Es klingt einfach so krass. Abonniert den auf Blatt, Digga. Hä? Alter, Kalle ist am Scheißen, Daryl. Oh, Scheiße. Ja, Kalle ist am Scheißen. Oh, Scheiße. Nochmal. Kalle scheißt einfach die Marshmallow aus vorne raus. Ach, Alter, die Geräusche. Ach, Alter, die Geräusche, ey. Das ist so scharf. Das ist so unfassbar widerlich. Mir ist so schlecht. Mir auch. So ein Liter Wasser, so schön trinken, ist halt echt nicht so geil. Abonniert den auf Blatt. Masha'allah. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, wie ist hier da? Ich bin einfach Genius. Halt durch, halt durch, halt durch, halt durch. Ah! Huh! Es ist so widerlich. Aber witzigerweise ist Papu nicht letzter. Wieso krieg ich zweimal diese Scheißdinger? Keine Ahnung. Klus Platschein! Wuuuh! Ja! Darauf noch ein Marshmallow, oder? Oh, da klatschen jetzt alle. Und Gnu, was dürfen wir tweeten? Beim Popo machen darf man nicht zu hart drücken, denn sonst... Denn sonst... Ich hab Angst davor, was kommt. Kann eure kleine Poperze reißen. Keine Ahnung, die kleine. Wie schreib ich Poperze? Hab ich noch nie geschrieben. So wie bei mir gerade. Auf das HaHaHa? Ja, dann noch so ein Hey. Und Puss. Nice. Danke genug. Alter, imagine, du folgst uns allen. Vielen Dank an alle, die sich bereit erklärt haben, hier mitzumachen. Ist ja auch nicht selbstverständlich, in dieser Irrenanstalt sein zu wollen. Und ansonsten könnte ich mir das nochmal vorstellen. Vielleicht bei einem anderen Spiel. Formel 1 oder so. Hm. Ja. Ja. Schoppe einander vorbei, ich bin raus und gehe kotzen. Euer Henno. iftsmode. Untertitelung des ZDF, 2020